So, da kommt er schon. Servus. Soweit noch Rohrbrettern jetzt? Ja, bestes Mopedwetter Leute. Hinter mir der Kollege mit seiner Fettbop. Ich glaube ihr hört das noch nicht. Das Ding macht richtig Alarm. Ein Traum. Umgebaut von CHC Customs aus Blomberg. Megageil. Es ist etwas windig muss ich sagen. Meistens leidet dann bei mir immer die Tonqualität so ein bisschen, aber bis dato bin ich ganz zufrieden. ははah. Wahnsinn. Das ist Sound, Leute! Sorry, dass ich da manchmal immer so lachen muss, aber ich kann mir das auch nicht verkneifen. Das kommt einfach raus. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Horn zum Treffbogen. Wir holen Tom ab. Tom kennt ihr ja schon. Der war schon das eine oder andere mal mit dabei. So, gleich sind wir da. Gleich werden wir wieder die Position switchen. Tom kennt sich hier ein bisschen besser aus. Ich glaube, der weiß, wie es von hier nach Spieler geht. Und dann habe ich die anderen beiden auch wieder mehr drauf. Ich glaube, das ist das, was am meisten bockt. Also zumindest geht das mir immer so. Mir macht das am meisten Spaß, wenn ich so viele Mopeds wie möglich sehe. Gar nicht so viel quatschen. Es geht ums Fühlen. So, da sind wir in Horn, da macht einer schon Lichtrupe. Das heißt, die wird bestimmt geblitzt. Dankeschön. Hast du gehört? Hier wird geblitzt, glaube ich. Ja, sehe ich schon. Und da steht das Spruchschiff. Ich habe hier auch ausgewöhn. Ich bin dritt dran, aber heute ist der Spruchschiff. Ich bin dritt dran. Ich bin dritt dran. Ich bin dritt dran. Alter Schwede, ey. Boah, ich krieg das Grinsen nicht mehr raus jetzt. Oh Mann, scheiße. Boah, Alter, der ist aber auch gut vorm Schleifen, ey. Fuck, und da ist es sogar passiert. Ich hab's gehört. Jetzt wird er schön vorsichtig fahren. Oh, shit. Immer interessant, wie die ganzen Mobeds plötzlich leise sind, wenn die Rennleitung da ist. Das ist verrückt. Das sind welche. Ich habe es geüss. Sollte verdammt schon wieder gelacht ich will das video jetzt nicht versauen da wollen wir ja alles hören aber ich muss euch machen leute gerade schon mal erwähnt ich kann es nicht zurückhalten so dann sind wir gleich da ach guck mal jetzt ist auch die baustelle weg in meinem letzten video war hier noch eine baustelle da konnte man quasi ja konnte man nicht viel sehen so sieht das ganze aus herrlich ja ja leute ich hoffe ihr hattet spaß wir fahren jetzt nach hause dann würde ich sagen haut rein ich könnte den akku jetzt noch aufbrauchen und dann würde ich sagen sehen wir uns bis zum nächsten mal ciao ja 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 ja